Ich grüße euch, ich wollte hier die nächste Ausziehung machen. Jetzt waren ja drei gewesen, ein bisschen länger gewesen. Und zwar, der Sieger war ja gewesen, mit eindeutiger Mehrheit, war ja drei gewesen. Und zwar, Treppshow hat gewonnen, wissen wir ja, aber ihr könnt ja nachgucken bei Comedy bei mir. Jetzt tue ich den Treppshow hier rein, jetzt sind noch die Dose rein, Treppshow, reingetan, dann gut schütteln. Ah ja. Jetzt sind die zehn Sieger drin, jetzt sind wir erstmal auslosen. Wer jetzt die nächste Runde gehen, dann antreten wird. Es sind dann fünf Wettkämpfe, kann man sagen, fünf Abstimmungen. Jeder gegen jeden, also jetzt wäre jetzt Volker, das ist Zufall, wer gezogen wird. Der Gewinner war ja Treppshow gewesen, eine wirklich sehr gelungene Figur, sieht aus wie früher, gefällt mir sehr gut. Den Kiefer finde ich auch gut, ich hätte es gut gefunden, wenn wir es so gemacht hätten, wie bei den Classic. So ein bisschen so ein rot, bisschen gruselig roten Mundtuch gemacht, und der Kiefer rot gemacht hätten. Das sieht klasse bei den Classics aus. Wie gesagt, eine sehr schöne Figur, der Waffe ist auch gut. Und natürlich Zubehörteil, der Haken, die Laserkanone, und natürlich hier diese Zange, kann man sagen, Greifarm. Ich finde die Figur einfach gelungen. Und ich finde, ehrlich gesagt, die Figur ist einer der besten Figuren. Treppshow ist generell Lieblingscharakter von mir. Auch bei den Masterwurst ist da richtig cool geworden, die zweite Version davon, wohlgemerkt. Und natürlich, Filmation, gefällt mir nicht ganz so. Wie gesagt, der ist cooler für diese Geschmackssache. Eigentlich finde ich ihn besser, eigentlich finde ich ihn besser. Ich finde ihn klasse, weil er so wie früher ist. Eine richtig coole Figur. Und vor allem, wie früher noch, hier diesen Haken oben dran, hier an den Helm. Dann auch hier diesen Arm mit dieser Beschraubung hier dran. Ich finde es eine Genialfigur, einfach nur eine super Figur. Dann wollen wir mal loslegen, wer gezogen wird. Zwei Stück heute. Wer ich dann morgen einstehe. Also morgen Abend wahrscheinlich, wenn ich es morgen schaffen sollte, morgen. Der erste Antreter, der hat hier noch gemacht, hier einen goldenen Becher. Diesmal ist eine Giraffe drauf. Das andere war ja ein Nama gewesen. Die goldenen Becher mit Finale, kann man sagen. Da gucke ich, wie ich das nächste mache, wenn jetzt fünf Sieger sind. Hier ist der goldene Becher. Und wen habe ich gezogen? Moment, ich schaue mal nach, wenn ich es aufmachen kann. So, Spannung, Spannung, Spannung. Ein Dwayne Blaster Skeletor wird in der ersten Abstimmung betreten. Kommt in die goldene Abstimmungsbox rein. Ist drin. Und der nächste. Ich will mal schütteln nochmal, dass ich jetzt nicht anziehen. Aber ich weiß nicht, was das sein könnte. Spannung. Der nächste ist Tank Leschor. Tank Leschor, Green Blaster Skeletor. Das ist der nächste Abstimmung, die morgen starten wird. Da sage ich mal, schönen Abend und bis bald. Ciao. Ciao.